So, ein Wolf und ein Drei Wölfe und ein Wildschwein. Vier Wölfe und ein Wildschwein. Na, dann komm mal ran hier. Fünf Wölfe und ein Wildschwein. So, da waren es nur noch drei. Vier, fünf. Es sind immer noch fünf Wölfe. Hier ist ganz schön was los, ne? Ja, den Weg hatte ich verpasst hier noch. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Ja! 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 Das sind nochmal drei. Ja! ja ich muss mit der konterparade muss ich noch mal ein bisschen üben das war wie dieses ganz kurze tippen mal irgendwie auf der rechten maustaste meine ich aber ich bin hier ja auch noch gar nicht gewesen so richtig ach da ist ja auch noch so eine asche bestie am start ja mann 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 da weiß ich ja gar nicht ob wir die überhaupt hinkriegen da muss ich mal erstmal eben hier mal eben speichern und noch mal nachlegen hier was haben wir denn da nicht für einen trank eigentlich gefunden das wird der hier trank der magie steigert das mana dauerhaft den nehmen wir mal eben ein so dann würde ich sagen dass wir uns mal eben hier den magischen schutz mal eben drauf tun dann brauchen wir sehen dann wollen wir sehen dann ja 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 das das ist echt heftig hier mit der asche bestie also haben wir noch keine chance so richtig wenn die einmal richtig zu lang dann naja das müssen wir irgendwie verschieben das kriegen wir noch nicht hin na gut ach jetzt ist hier wieder da die sich bekommen auch da gar nicht rüber ich probiere es auch mal da kommen wir nicht rüber da müssen wir irgendwie levitation aber ich will sie den zauber auch nicht verschwenden dafür da müssen wir noch mal rum hier ganz naja das ging gut das war jeder seiten eingang hier von der hafenstadt die höhle die hatten wir nicht auch schon klar gemacht denke ich ja da ist noch ein drei er steht auch noch da vier sogar kein problem da ist noch ein droidenscher link ich habe auch das gefühl dass die hier auch nach wachsen dann auch weil doch hier schon mal lang gelaufen naja das mit der asche bestie das naja da müssen wir uns dann das nächste mal noch noch jemand dazu nehmen so wen habe ich hier hey du spinner warst du schon auf der kleinen insel das ist ja wieder der eriksen du schon wieder hast du nicht schon genug aufs maul gekriegt du wirst dich noch wundern du groß maul was willst du eigentlich hier wenn es nach mir ginge würde ich dich den wirrmann zum fraß vorwerfen aber captain romanov will dass ich darauf achte dass dir nichts passiert während du nach stahlbarth hinweisen suchst und was romanov sagt wird gemacht du sollst also auf mich aufpassen da fühle ich mich ja gleich schon viel sicherer mache keine großen sprüche sieh zu dass du den nächsten hinweis findest warum soll ich auf die kleine insel gehen verstehst du nicht was du landei das ist der ideale platz um etwas zu verstecken wenn schon ein hund wie du auf die idee kommt dort nach einem versteck zu suchen dann ist es kein gutes versteck kann schon sein ich sage dir du wirst dort finden wonach du suchst wir werden sehen ja woher wusstest du dass ich hier vorbeikomme du machst so einen radau wenn du durchs land ziehst da ist es ein leichtes deiner spur zu folgen woher wisst ihr eigentlich über stahlbarth hinweise bescheid die spatzen pfeifen es von den dächern verarschen kann ich mich selbst hau endlich ab finde die restlichen hinweise und hör endlich auf zu quatschen mann was ist denn das eigentlich für ein typ er steht hier rum und er macht irgendwelche ansagen aber die kiste da hinten die hatten wir schon gut mal im sehen dann wollen wir hier durchs wasser mal eben warten ja nicht auch ein bisschen was hier in der muschel und hier auch rum um Geh! Ich müsste auch mal die Die Muscheln auch mal wieder nachschauen Nach Perlen mal Absuchen Hier ist ja außen Noch so ein kleiner Weg hier oben Ich kann nicht kommen Aber noch weiter Nee Da hatte ich doch auch noch Was ne Das gleiche kommt man da noch hin Sieht aus als nur noch so ein Skelett liegen würde Aber ich denke immer das ist Nee das ist nix Nee das ähm Ja vielleicht von oben mal sehen So die Die Truhe hatte ich noch nicht Ja 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 so ich hätte mir immer die die kante noch ein ab so noch muscheln auch noch muscheln und hier ist ja auch noch so weg ist noch eine muschel da ist auch noch eine da geht es doch auch noch weiter oder ich bleibe erstmal immer hier unten bevor ich da auf die insel gehe ja 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 ja